Weniger Verkehrsunfälle, weniger Diebstähle, mehr Gewalttaten. Die Polizeiinspektion Cottbus Spreneiße hat heute ihre Verkehrs- und Kriminalitätsstatistik für das zurückliegende Jahr vorgestellt. Grundsätzlich lässt sich eine für die Polizei positive Tendenz erkennen. Auf den Straßen gab es mehr als 500 Unfälle, weniger als noch 2017. Zwar gab es einen leichten Anstieg an verletzten Personen, jedoch ist die Zahl der Verkehrstoten gesunken. Neun Menschen sind gestorben, 2017 waren es zwölf. Die für die Polizei erfreulichste Entwicklung gab es jedoch im Bereich der Diebstahlskriminalität. 2018 gab es 6200 gemeldete Delikte, 2017 waren es noch 7500. Hintergrund seien erfolgreiche Schläge gegen Diebesbanden und polizeibekannte Intensivtäter. Wenn durch polizeiliche Repression diese Personen irgendwann auch der Justiz zugeführt werden, dann Hafttrafen bekommen, beziehungsweise also durch die Arbeit der Polizei sehr deutlich sehen, dass sie im Fokus der Polizei stehlen und deswegen keine Diebstähle mehr begehen, oder in anderen Bereichen diebstählen begehen, führt das letztendlich dazu, dass für den örtlichen Zuständigkeitsbereich der P.I. Kodbosch-Preneise weniger Fallzahlen zu registrieren sind. Doch nicht alle Zahlen sinken. Einen deutlichen Anstieg gab es etwa bei der Rauschgiftkriminalität. 880 Mal wurde Besitz und Handel von Drogen festgestellt. Das auch, weil in der Innenstadt mehr kontrolliert wird. Die Dunkelziffer liegt wohl deutlich höher. Die Polizei hat im letzten Jahr auch mehr Gewaltdelikte verzeichnet. Die Zahl stieg zwar nur leicht. Mit 2350 Fällen ist sie aber die höchste der letzten 10 Jahre. In 80% der Fällen handelt es sich dabei um deutsche Täter. 13,2% sind Flüchtlinge. Aber insbesondere dort ist es so, dass diese Delikte eher im familiären und häuslichen Umfeld und im Bekanntenkreis begangen werden. Und ich sehe also keinen Grund dafür, dass jemand in Kodbos ein großes Unsicherheitsgefühl hat und glaubt, dass er also jederzeit von irgendeinem Rohreizdelikt betroffen wird. Dass in der Bevölkerung dennoch eine negative Grundstimmung herrsche, sei problematisch. Aus Sicht der Polizei habe sich die Situation in Kodbos verbessert. Wenn man rein die Zahlen betrachtet, spiegelt sich das auch wieder. In der gesamten Polizeiinspektion ist die Zahl gemeldeter Straftaten um 1000 Fälle auf 15.600 gesunken. Gleichzeitig stieg die Aufklärungsquote um 5%. Untertitelung des ZDF für funk, 2017